Papa hat eine tolle Idee. Früher war ich mal Weihnachtsmann. Und heute? Heute habe ich eine Linke, eine Mama und einen Löwen. Warum sehen die zwei so unverschämt gut aus im Gegensatz zu uns? Sie haben uns die Schönheit genommen. Und die ganze Schönheit. Was ist denn heute, Jülchen? Heiligabend. Ach du Scheiße. Mach weg Mama. Sollen wir mal reinzoomen? Ja. Wir machen uns aufwenden. Der Bauer, der steht auf. Und das wollen wir, glaube ich, sehen. Ich glaube, ich filme schon die ganze Zeit den falschen Winkel. Mein Kreis. Köhli. Ein Breitbild? Du darfst heute den ganzen Tag ein Breitbild finden. Ja, das geht doch gar nicht anders. Man muss ja ein Breitbild. Also Menschen, das geht nicht. Also andere ist doch alles Quatsch. Dann haben wir ja gar nicht uns falsch gefragt. Ja, oder hast du den Fernseher schon mal hochkant gestellt? Ja, das ist ja sehr hochkant. Dann reißen wir doch mal ins Königslift hier. Herr Köhler! Der Hüter! Der Hüter! Der Hüter! Der Hüter füller ihn jetzt sofort! Der Hüter! Der Hüter füller ihn jetzt nicht aufwendert. Und die Ärztin nicht mit einem Haares- Das war's. 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 Hunger. Das war's. 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 Das war's.